Sophie, Herzogin von Edinburgh, nickte Kessrin, Prinzessin von Wales, dezent zu, als sie an einer bedeutenden königlichen Veranstaltung teilnahm. Die Herzogin war die zweithöchste königliche Anwesende beim Staatsbanket, das am 25. Juni im Buckingham Palace zu Ehren des Kaisers und der Kaiserin von Japan stattfand. Bei der großen Verlobung glänzte Sophie in einem grünen, kurzemeligen Kleid von Susanna, das sie mit Litzern dem Schmuck kombinierte, darunter dem Lotusblumentiara und einer Diamantkette, die Königin Camilla Egelin hatte. Begeistert bemerkten königliche Fans, dass ein wichtiges Detail im atemberaubenden Outfit der Herzogin sie mit der Prinzessin von Wales verbannt, ihre Tiara. Kessrin hatte die Lotusblüten-Tiara im Dezember 2022 während eines Empfangs im Bingen Palace für Mitglieder des diplomatischen Co. gespendet. Katharina entschied sich für diese Veranstaltung für ein langäumeliges rotes Kleid, das von einer ihrer Lieblingsdesignerinnen, Jenny Packham, mit Bayetten verziert war. Die Tiara war ein Favorit von Prinzessin Marguerite, der geliebten Schwester der verstorbenen Königin Elisabeth II. Prinzessin Marguerite erhielt es von der verstorbenen Königin Mutter, die es Anfang der 20er Jahre aus einer Diamant- und Perlenkette anfertigen ließ, die sie als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte. Katharina war beim Staatsbankkett abwesend, da sie ihre Krebsbehandlung fortsetzt. Die Prinzessin von Wales wurde Anfang des Monats bei der Trooping de Calabret öffentlich gesehen, ihr Auftritt war jedoch keine Rückkehr zu königlichen Pflichten, da sie sich privat weiterhin erholt. Gastgeber des Banketts war König Charles, der sich ebenfalls einer Krebsbehandlung unterzieht. Der König wurde unter anderem von Königin Camilla, dem Prinzen von Wales, und Prinz Edward, Herzog von Edinburgh, begleitet. Kaiser Naruto und Kaiserin Masako sind auf einem dreitägigen offiziellen Besuch im Vereinigten Königreich, der mit einer feierlichen Begrüßung mit militärischem Prunk begann. Sophie sah bei dem Bankett unglaublich aus und zeigte die Eleganz und Haltung, die man von der königlichen Familie erwartet. Diese Veranstaltung verdeutlichte den Kontrast zwischen traditionellen königlichen Pflichten und dem Lebensstil, den manche von der Rolle in den jüngsten Diskussionen über königliche Pflichten erwartet hätten. Der Unterschied zwischen hochkarätigen Engagements und weniger glamourösen Aufgaben wurde hervorgehoben. Beispielsweise wurde Meghan Mahle wegen ihrer scheinbaren Zurückhaltung gegenüber alltäglicher Aspekten königlicher Pflichten kritisiert. Einige argumentierten, dass sie sich nur die glamouröse Seite des Königshauses wünschte, etwa Starjessen mit einer Tiara, Filmpremieren mit Prominenten und Luxusurlaube. Das Königshaus geht jedoch von dem Grundsatz aus, dass die Teilnahme an zahlreichen lokalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Besuchen kommunaler Kläranlagen, einem das Recht einräumt, an prestigeträchtigen Veranstaltungen teilzunehmen. Das Staatsbankett verdeutlichte dieses Gleichgewicht, bei dem die Royals, die ihre Pflichten ungeachtet des Glammers konsequent erfüllen, mit der Möglichkeit geehrt werden, bei großen Anlässen zu glänzen. Sophie, Herzogin von Edinburgh, verkörperte dieses Engagement, indem sie beim Bankett eine wichtige Rolle spielte, ihre Cousine Katharina auf subtile Weise ehrte und ihr Engagement für königliche Pflichten unter Beweis stellte. Diese Veranstaltung verdeutlichte auch die laufenden Anpassungen innerhalb der königlichen Familie, während König Charles seine Vision einer verschlankten Monarchie inmitten persönlicher Gesundheitsprobleme umsetzt. Die Rollen und Verantwortlichkeiten von Royals wie Sophie und Kessrin werden noch wichtiger. Ihre Fähigkeit, sowohl die hochkarätigen als auch die weniger glamourösen Aspekte ihrer Rollen elegant zu bewältigen, stärkt die dauerhafte Stärke und Anpassungsfähigkeit der königlichen Familie im Zuge der Weiterentwicklung der Monarchie. Das Engagement und der Dienst seiner Mitglieder, wie Sophie und Kessrin, bleiben von entscheidender Bedeutung. Ihre Bemühungen stellen sicher, dass die königliche Familie sowohl mit der Öffentlichkeit als auch mit den sie prägenden Traditionen verbunden bleibt, indem sie die Anforderungen der Moderne mit der zeitlosen Anziehungskraft königlicher Pflichten in Einklang bringen.